So, hallo Leute, ich möchte dir jetzt ein neues Stück zeigen von Tasten Krokodil. Das Stück heißt Stückchen und ist an Seite 12 und wird beide Hände in den Violinschlüssel gespielt. Deswegen, ich mache das so, dass ich zähle bis drei das, was vorne fällt, und dann fange ich an zu spielen. Schau mal, wie ich das mache. Eins, zwei, drei. So, also du fängst C und C, dritte Finger auf E und dann spürst du E, G und dann beide C sind zusammen. Fünf, eins, drei und auf eins fängt die rechte Hand wieder. Und das gleiche nochmal. Und wieder auf eins fängt die rechte Hand. Dann geht bei der erste, zweite, dritte, bei der vierten Takt geht dann die linke Hand, der fünfte Finger, eine Taste tiefer, nämlich auf die Taste H. Auf Englisch heißt das B, aber auf Deutsch heißt das H. Also wir sind bei dem vierten Takt. Und wieder mit den Daumen. Vier, fünf oder F, G. Und wieder der fünfte Finger auf C. Dann fünf und drei gleichzeitig. Daumen und wieder fünf, drei. So, jetzt noch der kleine Kommazeichen, den du da siehst, fängt dann die linke Hand, die Melodie. Mit drei, eins. Rechte, spielt zweimal das Akkord C, C, E, G. Also nochmal. Leise zweimal und das gleiche nochmal. Also merke, wenn die linke Hand spielt und Pause macht, in dieser Zeit spielt dann die rechte Hand. Also nochmal, ab dem kleinen Kommazeichen, wo die linke Hand die Melodie anfängt, das ist der dritte Takt am Ende von zweiter Zeile. Und jetzt ist es ein bisschen anders. Und jetzt, wir vergehen die linke Hand, jetzt macht die rechte Hand, ihre Daumen eine Taste tiefer auf die Taste H. Und dann dreimal. Jetzt nur zweimal. Wieder zweimal. Und jetzt. Und zum Schluss C, E, G. Das Stück ist lustig, wenn du das ein bisschen schneller spielen kannst. Das heißt, du musst es schon ein bisschen oft erüben. Hier gibt es ein Beispiel. Kannst du das spielen in F-Dur, kannst du spielen in D-Dur. Das wird aber für dich nicht einfach, bevor du das Stück nicht auswendig kannst. In F-Dur meint man, dass man die Hände von Taste C auf Taste F verschiebt und die gleiche Fingersatz spielt. Nur muss man aufpassen, sollte irgendwo eine Taste H vollkommen, dass stattdessen B spielt, weil F-Dur hat ein Vorzeichen B. Also von F-Dur wäre es so. Ich zeige dir nur ein bisschen am Anfang. Du musst es aber nicht tun. Und so weiter. Oder du machst es von der Taste D-Dur. Da musst du aber aufpassen, dass statt F musst du auch Fis spielen. Und sollte eine C auch vollkommen, so wie hier, dann darfst du auch keine C spielen, sondern Cis, weil nämlich D-Dur hat zwei Vorzeichen. Fis und Cis. Schau dir mal die Tonart, also Tonleiter oder Tonarten. Ich habe da extra so ein Menü, wo du die Tonleiter und Tonarten da kennenlernen kannst. So. Und von D wäre das so. Und so weiter. Aber du brauchst das nicht tun. Das reicht es, wenn du so machst, wie es steht. Also ich habe dir ziemlich genau erklärt, was du machen musst. C, 1, C, 2 oder mittlere C. Und dann fängt die rechte Hand mit einem Auftakt. Dann beide zusammen. 1, 3. 3, 5, 5. 1, 3. Und beide zusammen. Bei der vierten Takt geht der fünfte Finger, das ist die Tiefe. Also mehr brauchst du nicht erklären. Ich habe dir das mal genau erklärt. Moderator ist ein ruhiger Tempo, also spiel nicht zu schnell. Und ich wünsche dir wie immer viel Spaß beim Jubeln. Und bis bald. Ciao. So.